Antonio und Pascal sind mit dem Rad unterwegs. Hinter ihnen fährt ein Auto, das die beiden überholen will. Das Auto lenkt Schaf und torschiert Antonio leicht. Sein Freund Pascal sieht alles und ruft die Polizei und den Notarzt. Am Telefon beantwortet er die fünf wichtigen W-Fragen. Was ist passiert? Wo ist es passiert? Wie viele verletzte Personen? Wer meldet den Unfall? Von wo wird gemeldet? Nach drei Minuten kommt die Polizei und der Notarzt. Dank Pascals präzisen Anruf konnte Antonio schnell geholfen werden. er Untertitelung des ZDF, 2020